. Es war ein richtig geiler Kampf. Bruno hat es in den Challenges zwei zu eins für sich entschieden. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video, weil es sich viele gewünscht haben, heute mal ein Keeper-Battle. Dazu habe ich mir einen ebenbürtigen Gegner gesucht und den in der Regionalliga Nord gefunden. Mit Pascal. Servus. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Ja, perfekt. War ein bisschen länger. Stell dich noch kurz vor. Ja, Pascal Wievuk mein Name. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele bei Atlas Delmos in der Regionalliga Nord. Und Torhüter natürlich. Das wird ein richtig interessantes Duell. Seid gespannt. Wir sind schon an der ersten Challenge. Wir machen Zeitvolleys. Fünf Schüsse jeder. Gucken wir einfach, wer mehr macht. Wir schnicken einmal, wer anfängt. Let's go. Ich gehe zuerst ins Tor. Machen wir es so? Auf jeden Fall. Tauschen wir gleich. Let's go. Okay, so erster Schuss. Gucken wir mal, was der Junge drauf hat. Oh, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Der ist zu einfach. Der ist zu einfach. Der ist der Erste. Eins zum Reinkommen. Da sind wir doch. Bumm, bumm, bumm. Der ist nur in die Ecke. Machst du gut. Galten. Fest. So muss das. Rechts in die Ecke von uns aus gesehen. Wenig, wenig, wenig. Letzter Schuss. Ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen straffen. Muss einfach nur in die Ecke. Nur in die Ecke. Ein Tor bisher. Aber jetzt mach ich noch das Zweite. Boah, super gehalten. Ja! War nicht einfach zu halten. War mehr in der Ecke. Aber auch sehr gut gehalten, muss man sagen. Ja, gute Dinger. Stark gemacht. Einen gibt es zu schlagen. Einen gibt es zu schlagen. Müssen wir mal gucken. So, wollen wir mal. Let's go. Da ist er doch! Direkt mal den ersten gemacht, ey. Stark gemacht. Danke, Bro. Macht er gut fest. Macht er gut fest. Körpernah. Auch einen zum Warmwerden. Dankeschön. Oh, hält der super, ey. Geil. Reicht noch. Zwei Schüsse noch. War einer zum Sieg. Ist ja gut in der Ecke da. Er ist gut da. Nur rechte Ecke oder was heute? Ich wusste nicht, dass das meine schwache Ecke ist. Holt er gut. Zwei, drei Stück. Schön im Eck gewesen. Der erste, ich dachte, jetzt kommen alle so. Aber der erste war stark. Ja, so müssen sie. Im Prinzip ist es eigentlich einfach. Man muss nur in die Ecke. Kann ich Tipp geben, Jungs, da vorne, da oben. Da muss er rein, ne? Oder da hinten. Da wo das Panzertape dran ist in der Ecke. Ja, das können wir jetzt im Sudden Death nochmal unterbeweis stellen. Unterbeweis stellen. So machen wir das. Let's go. Jetzt muss man einfach da sein. Einfach abliefern. Welche Liga spielst du? Wir spielen in der Regionalliga West. Also? Position. Torwart. Wen wundert's? Ersatzbank. Ja. 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 Super Ding. Einfach da sein, wenn es drauf ankommt. Kannst du nur noch den Ball halten und dann? Machst du super. Klasse Ding. Wie mein erster. Jetzt mein Drucketon beweist, wenn man damit klarkommt. Oh, den hält der super! Ha! Dasein, wenn es drauf ankommt. Wenn es drauf ankommt, da bist du doch. Ärgerlich, ärgerlich. Knappes Ding, guter Schuss. Gut übergegriffen, muss ich sagen. Hältste super. Ja, aber freue ich mich natürlich, dass ich auch jetzt die Challenge für mich noch gedreht habe. Aber es war wirklich Duell auf Augenhöhe. Auf jeden Fall. Wirklich gute Paraden dabei gewesen, gute Schüsse auch. Jetzt gucken wir, wie die nächste Challenge abläuft. So, machen wir weiter. Kommen wir zur Mutter aller Keeper-Battles, dem 1 gegen 1. Wir spielen bis 5. Das heißt, wer als erstes 5 Tore gemacht hat, gewinnt. Möge der bessere gewinnen. Ich hoffe, ich kann ausgleichen. Wieder voll. Wir schnicken kurz, wer anfängt. Ich mach den ersten. Ja, das würde ich auch machen. Direkt Druck aufbauen da. Wollen wir mal anfangen, ne? Come on! Okay, come on. Schnell unten. Da sind wir doch! Hallo! Wunderbar! 1 zu. 1 zu 0, Bruno. Super! Können wir schießen lassen? Oh Gott! Jaaa! Da sind wir doch! Fick die Hände, Alter! Das kann doch nicht sein, Alter! Super! Ah, Rimo geht nicht! Oh, Spekulatius, Alter! Ja, aber ehrlich, ey! Ah! Boah, super! Boah, hältst du super, ey! Klasse Hand dahinter! Jaaa! Jaaa! Boah, stark! Stark geholt, ey! Jaaa! Da ist die Hand da, ey! Jaaa! Jaaa! Come on! Ah, muss besser kommen. Schüsse sind ne Katastrophe. Wie ne Gurke! Muss jetzt im... Muss nachts ziehen jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Liegt 3-0 hinten. Muss was kommen jetzt. Alles oder nix. Boah! Glück gehabt, ey! Jaaa! Ah! Guck mal, ein noch! Das ist so ärgerlich! Boah, das tut weh! Ich kenn das! Das tut richtig weh! Boah! Fest! Das kann es nicht sein, Alter! Du musst dich nur noch auf den einen konzentrieren! Auf den einen konzentrieren! Überzeugung! Jaaa! Come on! Fuck! Scheiße! Gottlos schlecht, Alter! Halleluja! So klar wie das Ergebnis war, war es aber gar nicht. Neuerlich! Der eine tut weh! Der tut richtig weh! Der darf nicht reingehen! Dass der noch mal reingeht! Ich sag dir, machst du die nicht daneben? Du musst eng am Pfosten kommen, dann sind kleine Tore! Aber ja, sollte nicht so sein! Ihr merkt schon, die Pumpe geht! Es war richtig anstrengend! Ein richtig geiles Soell! Ich hoffe, euch hat es auch auf jeden Fall gefallen! Wenn ja, lasst gerne ein Like da und kommentiert fleißig, gegen wen es als nächstes gehen soll! Ansonsten bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal!